Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um den Flächeninhalt des Parallelogramms. Ihr kennt den Flächeninhalt des Parallelogramms, den kann man mit Grundseite mal Höhe berechnen, aber nicht immer liegen im Koordinatensystem Grundseite und Höhe parallel zu den x- und y-Achsen, so dass wir eine andere Variante brauchen. Die haben wir beim Dreieck schon kennengelernt, da können wir das mit Hilfe der Determinanten regeln. Wie man das beim Parallelogramm macht, das zeige ich euch jetzt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir damals auf den Flächeninhalt des Parallelogramms Grundseite mal Höhe gekommen sind? Wir haben doch festgestellt, dass sich jedes Parallelogramm in zwei gleich große Dreiecke zerlegen lässt. Also zum Beispiel auf diese Weise entsteht da ein Dreieck und da ein Dreieck. Jetzt wissen wir doch, dass wir dieses Dreieck a, b, d mit diesen beiden Vektoren hier bestimmen können. Das heißt, wenn wir diesen Flächeninhalt mit dem Dreieck bestimmen, müssen wir den nur noch mal 2 nehmen. Also, ein bisschen komplizierter dargestellt, wir nehmen den Flächeninhalt vom Dreieck und nehmen den mal 2 zu Beginn. Und 2 mal 0,5 gibt gerade 1. Das heißt, wir können uns das auch schenken und direkt das da vorne weglassen, weil einmal irgendwas, da kann man sich das einmal ja auch schenken. Das heißt, wir haben bereits hier die Formel, wir brauchen hier wieder zwei Vektoren. Und diese Vektoren bekommen wir wieder mit derselben Regel bei der Auswahl. Wir brauchen den gleichen Fußpunkt. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel mal den Vektor a, den brauchen wir als erstes und dann nehmen wir noch den Vektor b hinzu. Der wird auf diese Weise gezeichnet. a und b gibt auch gleich die Reihenfolge an. Vorsicht, natürlich hat es nichts direkt mit den Punkten zu tun, sondern wir brauchen einfach einen ersten und einen zweiten Vektor vom selben Fußpunkt. Und wenn wir wissen wollen, welches der erste und welches der zweite ist, dann zeichnen wir einfach den Winkel zwischen diesen beiden Vektoren ein und wir wissen, da wo losgedreht wird, da ist der erste Vektor zu finden. Das heißt, die Formel kennen wir ja schon. Das ist dann die Formel für den Flächeninhalt mit dem Parallelogramm. Und wenn wir das hier jetzt ausrechnen wollen, die Determinante bestimmen wollen, müssen wir wieder überkreuzen. ax mal by, ay mal bx und dazwischen ein Minus. Ganz langsam. ax, also die x-Koordinate vom Vektor a, mal die y-Koordinate vom Vektor b, minus y-Koordinate vom Vektor a mal x-Koordinate vom Vektor b. Machen wir es anhand von diesem Beispiel. Ich habe jetzt einfach nur noch mal die Koordinaten hier oben hingeschrieben. Jetzt kann ich doch mit Hilfe von Spitze minus Fuß die Vektorkoordinaten bestimmen. Hier dieser hat 4,5 minus 1 und 2 minus 1. Spitze minus Fuß bei den x-Werten und bei den y-Werten von den Punkten a und b. Ich kann den Vektor b bestimmen, auch Spitze minus Fuß. Das ist in dem Fall a, d. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen. 2 minus 1 und 4 minus 1. Ich muss aufpassen, dass ich die richtigen Buchstaben bzw. die richtigen Punkte habe. Und wenn ich diese beiden Vektoren habe, dann kann ich das jetzt in meine neue Formel einsetzen. Wieder fe für Flächeninheiten und dann der erste Vektor in die erste Spalte. Der, der als erstes ist, wenn man sich den Winkel anschaut. Und dann noch den zweiten Vektor mit hinzu. Anschließend wird über Kreuz multipliziert. Das heißt, 3,5 mal 3 gerechnet. Das ist das. Links oben mal rechts unten. Dann ein Minus dazwischen. Links unten mit rechts oben. 1 mal 1. Und jetzt kommt was Besonderes. Ich muss das Ganze noch in Klammern setzen. Denn wenn ich dem noch eine Einheit geben möchte, fe, dann bezieht sich ja das auf das Ganze. Deswegen muss ich das Ganze hier mit einer Klammer versehen, damit klar wird, dass das Ganze hier der Flächeninhalt ist. Jetzt beim Ergebnis wird es dann klar. 3,5 mal 3 sind 10,5. Minus 1 mal 1 gibt 9,5. Und dann haben wir den Flächeninhalt des Parallelogramms bestimmt. Nur quasi mit Hilfe der Koordinaten der Punkte. Denn aus diesen Koordinaten kann ich die Vektoren bestimmen. Und aus den Vektoren kann ich dann den Flächeninhalt bestimmen. Man muss sich halt genau vorstellen, wo die Punkte liegen, damit man weiß, welchen Vektor mal als erstes und welchen Vektor mal als zweites verwendet. Heute haben wir also kennengelernt, wie man den Flächeninhalt des Parallelogramms bestimmt. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, was eine Determinante ist und wenn man das mit dem Dreieck schon kennengelernt hat. Da ist es einfach das Doppelte. Aufpassen bei der Auswahl der Vektoren, dass man da vielleicht sich kurz skizziert, welche Vektoren man braucht, um am Schluss zum Ergebnis zu kommen. Denn da gibt es jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, welche Vektorenpaare ich verwende. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss. 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 Vielen Dank.